Vorab Modus mit dem Justus Hallo Und ja, wir haben es bis hierhin geschafft, sind ungefähr 50 mal gestorben Wir haben uns 10 mal erschrocken und meine Hose war 50 mal nass Jetzt geht es weiter, wir müssen hier glaube ich lang Hier ist ein Fahrstuhl Hallo Fahrstuhl Ja Isaac, es ist verleid, es passiert immer mein Fossil Also noch, ja? Wir müssen hier schnell Ende der Welt steht bevor und Sie sind nur an, hm? Verdammt richtig, ich habe dich nie aufgegeben Nein, ich habe dich nicht aufgeben Hä? Was war das? Jetzt was gemacht? Ohne deine Hilfe sind wir geliefert, also Als ob ich ne Wahl hätte Halt doch mal die Fresse Järfte wie die Monster nicht Alter Versteck mich hinter dir Piss dich Ah Ah Siehst du das? Oh Was zum Alto Belly Ich würd's ja gerne mal anschießen, wenn ich gerade bin Ich mach das Stromding da wieder Ja Kann das Falsche sein Du wirst nicht weit unten Du wirst nicht weit unten Du wirst nicht hier runter, so Und jetzt machst du Und Ah Ah! Ich hab noch nicht laut. Was ist das hier? Ich weiß nicht, was wir mal machen. Oh! Oh! Komm noch einer. Komm noch einer. Da du Idiot! Guck doch nicht zu mir! Bisschen froh! Guck da zu mir, Alter! Oh! Alter Schwede, ey! Ich weiß nicht, ob wir das gemacht haben. Alter Schwede, ey! Hier ist irgendwas richtig großes hier hinten, ne? Hier hinten irgendwo. Verpiss dich, Mann! Achso, wir müssen dann... Wo müssen wir dann? Wir müssen gehen laden, warte jetzt. Da haben wir noch jemanden. Die Ton! Oh Gott, ich bin ganz rot, warte. Ich bin ganz rot, ich bin so aufgeregt. Ehh... Achso! Ich dachte, das ist kaputt, Alter. Sorry! Ich hab ihn gut! So! Er ist tot! Surprise, mofo! Ich bin auch dafür, dass wir einfach wieder zurück gehen Weiß ich, ob's richtig ist Falsch? Ne, wollen wir nicht Wie kann man denn eigentlich in dem Menü oben Inventar oben switchen? Das weiß ich nämlich nicht Ich hab aber Angst! Auf jeden Fall auch! Alter von Falsch Wir sehen mal die Kameraführung zum Kotzen ist hier runter Hier runter Geh! Ähm Und... Ich würd'n müssen den perfekten Zeitpunkt aufwarten Da durchzuspringen Das müssen wir in unseren Dingern nicht verlangsamen Oh Gott! Da war ich aber schon nah dran, war ich da aber schon. Können wir die Leiche machen, was stimmt? Ja, schickst du gerade weg. Wir haben eine Kuh, ich würde das nochmal machen. Hehehe. Du bist zuerst. Maestro. Du bist zuerst in den Tod. Wo war ich denn, Mann? Nee, das ist ja auch gerade. Wow! Ja. Kleine Mistgestalt, Alter. For fuck's sake. So, ist jetzt hier offen? Hier regelt immer noch. Aber hier. Kannst du jetzt mal... Das letzte Mal, was ich jetzt aufgenommen habe... Warte. Lass mal hinten gucken. Du sollst jetzt zu mir hier hinkommen. Nein, hier hinten ist auch noch was. Ich komme hier nicht zu... Du sollst jetzt nicht aufgenommen werden. Du sollst jetzt nicht aufgenommen werden. Hey, wenn sie sich schämen, auf dem Weg zu fragen... Folgen sie einfach... Hast du mich jetzt erst noch hingemeldet? Nee, war nix. Wollte ich nicht überhaupt machen. Warum läppst du denn? Ach, dein Maul echt? Halt dein Maul! Penner! Was ist das hier? Für Kinder mit dem... Mit dem Bauchklötzchen oder was? Ahnung. Was passt in welche Form? Ich glaube unten links und unten rechts kommt jetzt. Ach, da. Das ist schon so nicht krass. Ne 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 ne. Du gehst vor. bank jonka Halt Pretty Worach Habe ich doch kein Problem. Hallo? Eine Elgien-Aponatur? Sie glaubte wohl, dass sie die Marker steuert. Oh mein Gott. Sie wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Isaac. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Der Teufel soll mich holen. Du bist ein Schwarzmaler. Okay, wir sammeln uns im Kontrollraum. Mann, guck dir viel sich Backer mal an, ey. Der hat viel gesehen. Der hat viel gesehen im Leben. Los jetzt, Clark! Komm, Clark Kent. Heiserge Newton. So, unser aufglaublichste Fluchstoß? Nicht stoßen. Hau dir nach, ihr wartet. Kann ich die... an die Ansicht hier. Die zu nahe sind. Bitte? Ja? Viel zu nahe im Stil, ja? Ja. Ne? Warte. Findest du nicht? Geht... Oh Junge, oh Junge, oh Junge Oh Junge, oh Junge Wenn sie eine Möglichkeit haben... Nein Moin So Terminator sollen wir dann nochmal fahren Ich bin der Terminator mit meinen roten Augen So, wie sind wir denn jetzt auf dem 18. Stock angekommen, oder? Ich bin jetzt hier wieder alles zurück Gut, dass ich mir auch nie die Aufgabe... Öffnen, ja, öffnen die Schwesttür Hä? Hä, Fußspuren? Müssen wir runter Partner brauchen mehr Platz, naja Ja Ist das auf? Sehr gut Hand und Nervensäge Ja, geht's da runter Schauen Kann doch nicht richtig sein Boah Ich bin eigentlich so wieder gegangen Ich bin einfach abgefahren Ja, ich bin echt nicht die boxen Ich bin echt nicht die boxen Ich bin der Nervstensege. Halt dein Blödes. Alter vom Partnerblock hier. Halt dein Arschloch. Ich muss mich durchboxen. Was? Ich muss mich durchboxen. Ich bin der Nervstensege. Halt dein Blödes. Alter vom Partnerblock hier. Halt dein Arschloch. Das ist doch nicht richtig. Wir waren doch gerade. Ich weiß es nicht. Oder mussten wir dahin, wo der ganz am Anfang. Das war noch. Das ist eine schwule Dose. Du hast eine Dose. Halt dein Blödes. Dann gucken wir jetzt mal jemand hier fix. Ich glaube nicht, was du da kläden musst. Oh scheiße. Ich glaube, dass wir die ganze Zeit anfangen. Oh. Gib dir erstmal eine. Ist ja gut. Eisegnuten. Warte. Warte. Ja, hier ist der. Gehen wir kurz. Was? Und hier? Ne. Ich glaube, das war komplett der falsche Weg. Und wieder zurück. Ne, hier. Sollen wir da nicht zusammen was machen? Ne. Wenn man was machen kann, dann leuchtet blau. Warte. Ja, ich würde schnell dran. Piss dich. Oh. Oh. Ich fühle dich aus. Ich will endlich mein Eis. Ich will endlich mein Eis. Ich will ein neues Tadamon spieren. Du da. Oh. Woop. Da ist der. Der geht runter. War ein runterfall? Ne. Hö. Fußspuren. Und. Wie. 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 Meines Liebes. Boah ey. Kilometer. Gelse. Hoffentlich stirbst du jetzt gleich an den. Äh. Schrauben. Leiter wird von Partner blockiert. Weil er eine kleine Kacke wusste. Was kann ich denn dafür, dass die Leiter fünf Kilometer lang ist? Oder nicht schneller runter kann. So. Lang. Alter, bist du behindert? Hast du denn gerade geschafft? Die Haare. Alter, war das schnell. Mann. Ich bin geragt. Boah, du Penner, Alter. Auf der Hebe, auf der Hebe, auf der Hebe, auf der Hebe, auf der Hebe. Don't stop the beat. Boah, da zieht er dann vorbei. Buiii. Da. Als der schwarze Marker 2214 auf der Erde exhumiert wurde, überspieg er unser Wissenschaftssystem. Artefakt entdeckt. Ansehen, bla 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 drücken. Ich weiß aber nicht, wie ich im Dingschen navigieren kann. Wer ist da unten navigieren dabei? Ah, beim Controller. Im Controller, ja, da drücken wir nichts, hab's gern an. Ja, bringt aber nichts, da oben ist nur ein Inventar. Zwischen, Datenbank. Wer ist das letzte Mal? Superbots. Datenbank, das steht nur drin wie das Webelhals. Mann, Mann. Wenn ich aus Thumbrauts will, würde ich escape. Ja, ich auch. Wo bist du? Dieses Ding, das so hochgekrabbelt ist. Ich hab die Tür wieder zugemacht. Warte, 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 warte. Guck mal, da sieht man die Hände schon. Ja, ich hab die Tür wieder zugemacht. Warte, 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 warte. Okay, ich mach auch. Nein, 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 nein. Das ist noch leicht. Wo hab ich den her? Warum geht die Kissen hier nicht auf? Hinter mir! Hinter mir! Was? Mann ey, du kriegst da auch die Kissen rum wieder neben den Pittichen in den Arsch um! Cool ey! Alles klar, alles klar, warum so scheiße wie Mädchen, aber... Mann, 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 ey! Koopa, ey, lass mich einfach sterben! Miske! Du lebst doch noch! Nee! Mal zur Decke gucken, Geschweine! Hier, glaube ich, kam her und... Hier links war unsere... Komm rein! Komm doch mal rein! Schrotflinte! Motherfucking Schrotflinte! Jetzt ist Hardcore Harley! Okay, wir haben uns hier so preparen müssen... ...für unseren Anus. Da wird's, glaube ich, ziemlich hässlich gleich da drin. Mann, fuck! Piss dich doch! Kommt nicht wieder raus! Kommt nicht wieder raus! Hier lang! Nee, da kommen wir hierher! Nein, wir kommen... Da kommen wir hierher! Wir kommen hierher, du Teamlack! Warte auf Partner! Ja, da kommen wir her! Ja! Ja, aber was ist da vorne? Oh! Komm mal das Ding da an! Und jetzt? Können wir hierher diesen Funkschluss abziehen? Au, Mama! Ups! Falschtoffe! Kann doch nicht wahr sein, dass wir das hier nicht... Du kannst doch da... Brillo hin und her switchen, ne? Lies mal bitte die Mission! Warte mal, hier! Kann ich hier mit der Küste irgendwas machen? Ne, lies mal bitte die Mission in dem Tab! Was wir machen müssen! Okay, alles klar, alles klar! Die Mission, zu Crew stoßen! Die Energiezufuhr der... 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 Ranoke... Ist wieder hergestellt und... Ellie ist in Sicherheit! Es wird Zeit, den nächsten Schritt zu planen! Okay! Alles klar! Wie, das ist die Anweisung? Lass uns den nächsten Schritt planen! Kurzugang... Die mehr steht da nicht! Nein! Ja! Ja! Ich würde sagen... Mach mal hier kurz einen Brake! Und dann gucken wir mal auf, was wir jetzt zu tun haben! Was ist denn hier nochmal? Hier waren wir auch schon! Da sind wir hergekommen, ne? Was ist mit dem auch zu können? Da waren wir doch auch schon! Dann haben wir doch hier erfüllt! Da an dieser Wand haben wir denn noch! Jajajaja, aber... Kann man dann nochmal hin? Wann sind die da jetzt? Okay! Ja, egal! Ähm... Das... äh... ja! Ja! Da müssen wir schauen! Oh, da rein! Tschüss, ihr Betrüger! Bis gleich! Tschüss!